So, ähm, hm, da werde ich grad spück. Ah, jetzt hab ich Musik, ähm... Bei Max, du kostenlos für Attacke, ah! Ah, klar! Ja, Max, schmeiß dich ran! Ja, klar! Das wird direkt ausgenutzt. Kaffee! Nehm, nehm, Digga! Du, du, du musst gehusten. Wohl, die hat sich jetzt mal rasiert, da unten. Oh, what? What's good? Ja, das hat Digga... Die hat einfach so gesagt, äh, keine Ahnung, irgendwie, jetzt bin ich, äh, irgendwie 16 geworden und jetzt hab ich mich mal rasiert. Erfüllte ja mal Zeit, Alter. Haben wir alle eigentlich ein Bett? Äh, ja, aber da komm ich, bin ich absolut nicht in der Nähe. Hm, ich auch nicht. Ich hab nämlich noch kein Home mit Namen Bett. Hm, aber was mal cool wär, wenn man immer so ein Bett hätte, das man mitnehmen könnte. Du kannst ja, du kannst die immer im Bett mitnehmen. Ja. Ich weiß. Wo ist, wo ist das Problem? Naja, die Nacht ist eh fast vorbei, also... Keiner macht's. Darf die oder nein? Natürlich. Soll ich machen? Hab ich schon. Gut. Achso, die war bei mir. Achso. Ich dachte jetzt irgendwie, wieso ist die auf einmal hier? Wehe, die hüpft auf meinen Feldern, da ist sie sofort tot. Okay. Okay. Walter. Der, der war fein raus, obwohl zum Schluss den Klang der etwas zu kotzartig. Hm. Also ich find das ist nur eine 3+. Ne, wenn man nicht singen kann, dann sollte man die Schnauze halten. Das war kein Gesang, das war Götting. Wohl. Alles klar. Wie sagte er doch, oder nicht? Fuck. Oh, stopp. Ist nicht synchron. Nur zwei. Einer. Ja. Hört ihr euch da gerade wirklich dran auf? Niemals, Digga. Nein. Hört man ja auch nicht. Ich finde das. So. Nichts, nur ne Spitzhocke mehr. Genau, wäre, hätte. Dann wäre alles perfekt, ne? Oh, der war lecker, mhm. Ich kann dir sogar... Jetzt nach meinen Feldern mal. Ich kann dir sogar sagen, was du bei mir zum Mittagessen gehabt, nom nom nom. Oh, ich sehe jetzt schon Justins nächster Titel, das Essen von Dennis. Ich habe ja schon die Folge, Essen ist doch immer so eine Leidenschaft. Ja, das habe ich gesehen. Ich versuche ja wirklich meine Folgen noch richtig zu benennen, also... Ich tue meine Folgen auch noch benennen, na gut. Eins, zwei, drei, vier... Ne, was war der Titel von der ersten Folge irgendwie? Fame, YouTuber, Weckybox oder so? Ja, toll. Boah, also Hauptsache Clipskater hier, ne? Hm, ich tue mir immer das, was am besten ist raus, ne? Max und Son will griefen. So heißt bei mir, glaube ich, die letzte, dürfte Folge 8 heißen. Amt Samstag. Also von uns aus morgen. Samstag, den 28.05.2016. Wenn ihr diese Folge hier seht, dann ist das schon drei Jahre her. Oh, das war... Sorry! Ich sehe doch eh alles doppeltweils. Oh, jetzt habe ich das direkt an dich geschenkt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist der Game mit 1? Wie ist das Game mit 2, oder? Ja, die kann gar nichts machen, die kann nur rumlaufen. Zum Glück kann es mir eh nicht in den Troon gucken. du weißt gar nicht was die nachricht bedeutet max ich kann hier doch du bist meine hausgabe jetzt willst du ich sehe das noch alles trotzdem du weißt du weißt nicht was die letzte nachricht weil ich schon gar nicht dass ich denke mir zwischen so spaß ob es auch dein hässliches dreckiges lachen alter ich weiß ich bin ein bisschen missoffen alter es ist 22 über 12 ja noch besoffener dann will ich vorher auf die spitalität der server let's place du bist offene leute die sich in einer folge einen unterholen die okay verrückte leute ich wollte gucken dass ich irgendwie fäden bekommen fäden oder fähre fäden ach so pferde hätte ich dir geben können pferde nicht soll ich sagen so weiter gut da weiß ich was du meinst wie viel hast du alles oder wie aber vielleicht kann ich kann ich gucken dass ich mitfahre an hr 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 und so für die Stütze muss man gucken und so ein Haus steht irgendwas der Kripper wir machen uns doch ich mach doch nix du es doch es ist egal ich weiß nicht wie sie brauchen für die Angeleitung zwei drei Drei. Angel? Bei dat Angel? Für den Bogen brauchen wir mal drei. Für ne Angel? Und du brauchst hier unbedingt ein Zauntor. Herr Spielefreakj, ich muss dich enttäuschen, ich hab nichts. Dann mach ich den Zaun wieder zu. Das will ich hoffen, das gibt's auch die Fresse. Ich bin auf mein Feld gelatscht. Ach ne, ich komm hier vorne sogar noch einfacher drüber. Was? Ich bin auf mein Feld gelatscht. Fick dich. Du steckst dich auf dein Feld. Ich weiß gar nicht, ich spock dich tot. Was soll ich denn kurz im E-Mitar? Es war doch total klar, dass das passiert. Kann ich mir vielleicht nicht machen? Ich hab gedacht, dass du zumindest ne Hau dabei. Ne Hau. Warum sollte ich? Warte, welchen Dreck hast du nen Eisenschwert? Dem? Das? 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 Das ist noch was? Ähm, so wie's aussieht nü. Ne Holzachst? Die kann ich super verwenden. Die hatte ich vorher nämlich nicht. Dann schmeißt die mal keine Ahnung irgendwie. Ey lass mal ne Holzachst bauen und die Welt ein bisschen verschönern. Den muss aber nicht sprägen. Ne, das ist einfach egal. Lass das einfach liegen. Digga, jetzt hab ich immer ne kaputtes Feld. Mann. Ey. Ich kann da nix ändern. Ich geh doch so mit dir. Was? Kann ich mir dann eine Möhre nehmen? Ja, die kann ich dir auch geben. Dann musst du nicht mein Feld beschädigen. Vor allem, weil ich sie auch abbaue. Liebe Zuschauer, wundert euch nicht. Ich tu grad noch. Ich werde grad. Was lief abgedenkt auf WhatsApp und überall ne. Dann schalt dein Handy aus. Ja, ich muss mein Handy aus. Aber mein Handy ist auch da, um die Folgen abzustoppen und alles. Ich weiß, dass ich nicht. Ich hab ja nicht zu viel, weil das zu wenig aufnehmen. Nichts, was Windows nicht hinbekommt. Braucht halt nur zwei Gigabyte RAM halt. Wie immer. Windows halt. Ja. Alter, weißt du, was ich jetzt grad für so dein E-Terminal geben werde? Lall. Hallo? So, hallo. Noch jemand mit dem Let's Play. Und ja, ich weiß, was du gerade gerne für ein E-Terminal geben würdest. Eine ziemliche Menge. Digga, guck mal, wer da ist. Digga, gönn dir das mal wieder aus. Hauptsache, ich bin erst bei Ebene 43. Voll lächerlich. Was mach ich hier eigentlich noch? Ich mach... Wer erinnert, dass ein Mikrofon... Ach, Dennis, du hast noch ein paar Fackeln von mir. Ist aber egal. Müsst du die wieder haben? Du hast irgendwie... Ne, 25 Kohle hab ich hier. Ich hab dir eigentlich hier Dreck mitgegeben von dir. Aber wartet mal, Leute. Ich... Muss eben mal kurz hier raus aus der Mine. Das irritiert mich alles. Ich brauch Fackeln und so'n Zeug. Ist ja Wahnsinn. Hier unten passt keine Luft. Ey, Justin, wo bist du eigentlich gerade? Im Haus. In deinem? Ja. Wo denn? Hauptebene? Ach so. Ich seh'n deswegen süchtig. Ich seh' dich nicht. Ich steh' auf dem Ding, was meine neue Glasscheune wird. Ach so. Wollen wir jetzt gucken, dass ich unten irgendwas in der Mine finden könnte. Aber ich wollte doch Spinnen jagen. Story? Eigentlich müsste es ja für Spinnen erst mal Nacht werden. Mach' ich mal schauen. Ja. Hi. Spawn Mops. Spider. Zehn. Alles klar. Was machen wir denn hier? Eine sehr koordinierte Aufnahme. Ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich nehm auf. Max, Hand aus der Hose und dann geht's weiter. Niemand. Naja. Naja, naja. Ich versuch' gerade bei mir einfach nur Zeit zu überbrücken. Aha, und das ist also ein tolles Display. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß, was das ein tolles Platz bei ist. Ehe. 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 Was schreibst du da? Hehehe. Niemals. Das ist ja so. Das sieht alles Anfang in deiner Aufnahme.. also hintermachs und das mal steigt das ist mir geschenkt er nimmt ja einfach ein Steak aus der Kiste ist mir doch egal wollte die muss jetzt nicht mehr weglatschen da fällt mir gerade ein mein Essen wird auch langsam knapp ne spaß bei Salte ich hab zwar noch Brot aber noch ordentlich das in der Kiste und abend auf der Kiste ich hab auch nicht noch was drauf hier ich bin zwar alt aber auch nicht wir haben noch was auf der Kiste was für einen Trank hab ich hier bekommen Digga kein Läser sorry